Hallo und willkommen zurück zu Space Engineers. In Part 4 wollen wir uns nun ansehen wie wir unser erstes Minenschiff bauen. Ich habe bereits unsere Bohrinsel entfernt und nun wollen wir etwas wesentlich mobileres bauen. Dafür habe ich hier bereits ein paar Blöcke errichtet, die habe ich auch bereits vollständig aufgebaut, damit wir das im Kontrast etwas besser sehen können. In meinen Augen gibt es zwei gute Wege um mit einem Minenschiff zu starten. Der erste ist mit einem Fahrwerk. Wir können das Fahrwerk hier über unseren Stahlplatten fallen lassen und es haftet auch ganz ohne Energie. Die zweite Möglichkeit ist mit einem Rotor. Dazu entfernen wir hier unser Fahrwerk und platzieren hier einen Rotor. Auf diesem Rotor könnten wir jetzt aber nur in großen Blöcke bauen und wir wollen gerade am Anfang kein Minenschiff haben mit großen Blöcken. Dazu entfernen wir hier den Rotoraufsatz und gehen dann in ein Bedienfeld, suchen unseren Rotor und sagen ihm kleiner Rotoraufsatz hinzufügen. Und nun haben wir auf unserem Rotor einen kleinen Aufsatz und können mit kleinen Blöcken bauen. Wir sollten für den Rotor aber nicht vergessen, dass wir hier die Rotorsperre aktivieren, sonst könnte es sein, dass sich das Schiff die ganze Zeit auf dem Rotor frei herumdreht. Bevor wir nun aber starten, werden wir unser Inventar füllen. Hierzu nehmen wir ein bisschen interne Panzerung, einige Herstellungskomponenten und einige Stahlplatten hinaus. Am besten starten wir damit, einige Blöcke auf unserem Rotor zu platzieren, um so die mögliche Freiheit zu haben, unser Schiff so zu bauen, wie wir es wollen. Starten würde ich mit einem Cockpit. Ein Cockpit hat zwei kleine Förderpunkte hinten, einen großen unten und einen kleinen vorne. Ich habe unser Cockpit nun aufgebaut. Weiter würde ich einen Sauerstoff- und Wasserstoffgenerator an unser Minenschiff dran bauen. Wir sind zwar jetzt gerade auf der Erde und wir werden ihn nicht wirklich brauchen, höchstens um unseren Wasserstoff für unseren Jetpack aufzuladen, dennoch macht er den Übergang zu einem kleinen bzw. mittleren Frachtcontainer leichter, da er diese beiden kleinen Förderpunkte hier hat, die perfekt auf das Cockpit lassen. Auf der anderen Seite hat unser Generator einen großen Förderbandpunkt. Hier können wir mittlere Frachtcontainer, zwei, drei, vier Stück, je nachdem wie viel ihr braucht, anbauen. Wir beginnen aber hier mit zwei. Als nächstes müssen wir hier hinten noch einen Verbinder dran setzen. Dieser Verbinder besorgt unsere Basis dann mit dem gesammelten Erz bzw. unser Minenschiff mit Strom. Ausgebaut sieht das Ganze dann so aus. Nun brauchen wir aber noch Energie. Energie liefern uns diese Batterien. Hiervon platzieren wir einfach zwei Stück und das sollte mehr als genug sein, um unser Minenschiff mit Energie zu versorgen. Des Weiteren benötigen wir noch ein paar kleinere Teile. Zu allem benötigen wir einen Erzdetektor und ich würde vorschlagen zwei Gyroskope. Die platzieren wir hier vorne hin, da sind sie nicht im Weg und stören nicht. Bisher kann unser Minenschiff weder fliegen noch bohren, doch das wollen wir jetzt ändern. Dazu benötigen wir einen Bohrer. Dieser Bohrer hat hier hinten einen kleinen Förderbandpunkt, der perfekt auf unser Cockpit passt. Um unseren Bohrradius zu erweitern, wollen wir noch weitere Bohrer hinzufügen. Dafür nehmen wir unsere kleine Förderbandleitung und hier würde ich empfehlen den Würfel zu nehmen und nicht die gerade Strecke und können einen weiteren Bohrer einmal an dieser Seite und einmal an dieser Seite hinzufügen. Kommen wir nun zu den Triebwerken. Für die Triebwerke werdet ihr Kobalt benötigen, weil die vier Triebwerke aus dem Landungsschiff hierfür nicht genügen werden. Es gibt drei Arten von Triebwerken. Ionentriebwerke, Wasserstofftriebwerke und Atmosphärentriebwerke. Für unser Minenschiff werden wir Atmosphärentriebwerke benutzen, da Ionentriebwerke eigentlich nur in Schwerelosigkeit funktionieren, wir für Wasserstoff einen ständigen Eisvorrat benötigen und die Atmosphärentriebwerke laufen nur mit Strom. Fangen wir an, unsere Triebwerke zu platzieren. Ich starte immer mit den großen Triebwerken, eins auf jeder Seite, um den Schub nach oben zu gewährleisten. Dann noch etwas Bremsschub auf beiden Seiten. Und dann benötigen wir auch noch Schub nach vorne, wobei wir diesen Förderbahnpunkt beilassen auf beiden Seiten. Und Schub in beide Richtungen. Wenn ich denn die Drehung richtig hinkriege und Schub nach unten, werden wir nicht einbauen, da wir hier Schwerkraft haben und die Schwerkraft uns ganz alleine nach unten zieht. Im Großen und Ganzen ist unser Minenschiff jetzt schon einsatzbereit. Aber da, wo die Erze im Boden sind, befindet sich auch Gestein. Und dieses Gestein wollen wir nicht mitnehmen, sondern wir wollen das reine Erz haben. Dazu können wir hier auf den freigelassenen Förderpunkten einige Förderleitungen platzieren. Auf diesen Förderleitungen möchten wir dann einen Sortierer platzieren. Und auf den Sortierer kommt der Auswurf. Das habe ich jetzt schon an beiden Seiten einmal gemacht. Achtet darauf, dass diese grünen Pfeile in die Richtung des Auswurfs zeigen. Wir müssen jetzt aber noch einige Einstellungen vornehmen. Dazu gehen wir in unser Bedienfeld und gucken uns unsere kleinen Fördergutsortiere an. Hier können wir erstmal nach unten scrollen. Wir möchten gerne eine Whitelist erstellen. Eine Whitelist bedeutet, dass nur diese Komponenten herausgenommen werden. Dann suchen wir hier unser Gestein und fügen es hinzu. Das müssen wir leider für jeden Einzelnen machen, denn wenn wir mehrere markieren, können wir hier nichts auswählen. Haben wir alle Fördergutsortiere eingestellt, können wir sie markieren und alle entleeren auf Anschalten. Dann können wir zu unserem Auswurf gehen. Hier alle markieren. Und wir möchten bitte, dass unser Auswurf alles entnimmt. Und wir möchten, dass Auswerfen erstmal auf Aus bleibt. Wenn ihr sie bereits markiert habt, könnt ihr hier oben eine Gruppe erstellen, diese speichern und sie wird ganz oben in der Liste als Auswurf angezeigt. Soweit dazu. Dann können wir mit einem Druck auf G unsere gesamten Blöcke sehen und können hier auch in unseren Gruppen unseren Auswurf sehen. Den ziehen wir einfach in unsere Leiste und sagen ihm Auswerfen an und aus. Und genauso werden wir hier unter alle Blöcke unseren Verbinder hinzufügen und hier sagen wir Regeln umschalten, damit wir uns mit unserer Basis verbinden können. Eine Einstellung noch im Bedienfeld. Unser Erzdetektor ist standardmäßig auf die Reichweite 25 eingestellt. Hier möchten wir die vollen 50 Meter nutzen. In diesen Minenschichten ist, ist aber oft sehr dunkel. Deswegen wollen wir noch einige Scheinwerfer und Lichter hinzufügen. Die Scheinwerfer passen hier, Effekt zwischen die Bohrer und wir können auch noch eins über unserem Erzdetektor hinzufügen. Dann wollen wir noch einige Umgebungslichter haben, um unser Raumschiff in der Dunkelheit auch besser sehen zu können. Dazu platzieren wir einfach ein paar und bauen sie dann aus. Obwohl unsere Batterien jetzt nicht gut geladen sind, können wir trotzdem testen, ob wir nur mit den Triebwerken das Gewicht unseres Minenschiff tragen können. Dafür geben wir einfach Schub in alle Richtungen. Hierfür drücke ich W, D und Leertaste. Und nun seht ihr unten rechts schon, dass mit der vorhandenen Batterie-Power wir 92% der Batteries nutzen. Somit ist bei voller Leistung kein Abfall des Schubs möglich. Nun ist unser Minenschiff schon einsatzbereit. Nun können wir unser Minenschiff losschneiden und es sollte ganz alleine liegen. Und nun können wir mit unserem Minenschiff mit Rechtsklick oder Linksklick wie den normalen Handbohrer zum Bohren benutzen. Solltet ihr beim Graben nach Erzen nun Stein in euer Minenschiff laden, so könnt ihr hier in meinem Beispiel die 4 den Auswurf aktivieren und euer gesamtes Stein wird rausgeschmissen. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir doch gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben und schreibt mir, was euch gefallen hat oder was euch auch nicht gefallen hat. Bis dann und bis zum nächsten Video.